Fingerkuppe abzuschneiden... Im Nachhinein eine schlechte Idee. Ah, naja gut. Ah ja, das hab ich auch schon von einem doll. Jetzt machst du viele Kurven. Äh, hat meine Schwester auch schon mal gemacht mit der Brotmaschine. Sah ganz interessant aus. Oh, sie hätte bisher eh ja losfliegen können. Bist du? Das ist diese Arena, die ist mir zu dunkel. Da leuchtet zu viel draußen. Ich weiß nicht, wie du mal aufgelenkt werden kannst. Ich hab das noch nie Probleme gehabt. Das ist nur bei der. Aber ich finde, da leuchtet die Leucht. Die andere war ja immer zu hell. Naja, die Colosseum war ja immer viel zu hell. Die ist für die zu dunkel. Naja, zu dunkel wärs nie, wenn die Nebenbeleuchtungen von den ganzen anderen Sachen nicht so krass leuchten würden. Aber so, weißt du nicht. Naja. Geht schon, aber ich finde sie jetzt nicht so geil. Kommt halt zu gut. Naja, geht nicht. Ich konnte aber auch dafür Geld, ihn zu blocken. Hat aber ohne geklappt. Gebuß mir. Hat er mir gerade von der Nase geklaut. Ach, come on! Ich weiß nicht, wenn du mit dem Domino's Lina mal springen kannst. Passt immer. Geil, Alter! Du kannst dich abklatschen, sag! Abklatscht! Bitte schön! Just take the shots. Ja, es war close, auf jeden Fall. Aber... Ja, aber es war einfach ein nice Teamplay. Hey! Hätte wahrscheinlich sogar auch geklappt, wenn du es nie gesagt hättest, dass es mir passt. Also... Okay, aber ein bisschen... Ich bleib dann gedacht, dass es zu sagen... Wir könnten auch ein bisschen blocken. Echt? Du, na, wir hatten in dem Fall ja mal viel Zeit halt einfach... Ja genau, die haben uns halt die Zeit gegeben. Ah, ne, 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 ich geh nicht. Ah! Ich wollte das nochmal machen, aber... Ja, ich geh. Okay, du gehst. Okay. Ich wusste nicht, ob du den Winkler fährst. Wir kommen. Ah! Close! Ich hab ein Kills bisschen zu lange gebraucht. Um... Um den Ball auf Speed zu bekommen. Ja, ich hätte direkt ranfahren sollen. Einfach von hinten nochmal. Der Fixer! Ich fände einfach nur neben mich, um mir meinen Boost zu klauen. Okay. Ach so, nice. Ah, ne. Okay. Was? Oh, schau. Nice! Wirklich schön. Ah, schön. Naja, es war nicht schlecht für den Hit, aber eigentlich war es direkt vor die Füße für den Gegnern. Ich hatte halt, die wird ein bisschen näher kommen. Hast du? Ja. Ah, ich muss die ganze Zeit, wenn jemand rankommt. Ah, okay. Ich muss ganz in Ruhe spielen können. Das war eben, kam keiner. Aber ja, ich wusste es halt. Ich weiß, ich wusste... Ich wusste... Ich hab... Niemand... Ich hab damit gerechnet, dass es keiner rankommt. Oh! Das war ein bisschen besser. Ich geh. Ah, scheiße. Der kam nicht gut. Oh, feuer. Oder? Na, gutes Setup für dich? Ja, war ein gutes Setup. Oh, nicht schlecht. Haha. Sie können sich halt nie absprechen und das merkst du halt hier. Ja. Das klingt jetzt nicht anders. Moment, du fährst zurück, glaube ich. Ja. Achso. Der hat nicht ganz so gut stand. Aber für den Block hat es gereicht. Aber ja, er trifft halt einfach nicht. Ah, das fährt doch voll gegen mich. Nice. Reicht. Reicht. Aber jetzt kommen wir. Hm, ich wollte nochmal weiterlenken. Hab ich was? Ich hab null Boost. Also, spielen mal... Oh, dann mach einfach rein. Sehr geil gewesen. Sehr geil. Ich seh's jetzt so aus dem Augen und ich bin mir so... Ich hol mir mal... Okay, nochmal. Gut gemacht. Leider mal gehirte jetzt. Ja, war geil. Danke. Okay. Ah, was? Nein, langsam habe ich gebraucht. Ah, reicht. Alles klar. Langsam genug Damage, ja. Nice. Oh, es war ja ein Pass. Null. Naja, könnt aber eher nehmen. Aber ich brauche doch, da geht's sogar. Schießt du weg? Ne. Wollte ich eigentlich auch. Oh shit. Nice. Was warst du? Mein Name? Ich geh nicht. Hatte Reload, als du vorgelesen hast... Guck'n über D lan, ich bin voll schlecht angeflogen. Ach so. Und dann... Oh, oh! 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 Mach dich da weg, zack! Geil! Ich bin einfach so noch weg, ey! Sehr cool. Das Spiel muss auf jeden Fall gehighlighted werden, ey. Ja, das ist eben schon so nice.